Jo moin, meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO-Video. Es ist jetzt gerade Livestream ab 18 Uhr, ihr wisst ja Bescheid, die Streamzeiten könnt ihr wahrscheinlich alle schon auswendig. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Äh, McTen, warum verlässt du mich, McTen? Ja, so läuft... Aha, so läuft der Hase, schön von hinten kommen. Vielleicht kann ich ihm... Ah, der ist schon bei uns, schade. Vielleicht kann ich ihm das heimzahlen, indem ich ihn einfach neife. Aber nein, es will nicht so ganz. Ja, kommt dran, es gibt wieder 4-Games, Skip-Aways und so weiter und so fort. Ihr kennt ja das ganze Prozedere, wisst ja, wie es läuft und dann alle Neuen natürlich auch. Wir freuen uns auf euch, ja? Ne, 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 du nifest nicht meinen Kollegen. Ich bin nämlich für das Team da, ja? Nicht nur für mich selbst, aber hauptsächlich schon für mich selbst, klar. Aber es fängt gerade gar nicht so richtig, äh, äh, läufig an wie sonst. Sonst rennt's ja eigentlich, sonst bin ich jetzt schon beim Knife eigentlich. Ne, ich hab jetzt schon ne ganze Weile nicht mehr gewonnen, ne? Ich glaub, die letzten 2-Male oder 3-Male gingen alle in den Arsch, ja? Weil ich irgendwelche, äh, ich weiß auch nicht. Ja, es gab da eigentlich nie was zu meckern. Es lief einfach nicht, ne? Ich war too bad. Ähm, guck mal da, wie er die Shots drückt, alter, der, der, äh, Fax. Fax, 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 ah, das war sehr gut. So, jetzt, jetzt läuft's an. Da ist ja immer einer runtergesprungen hinter mir, ne? Da hab ich immer so ein bisschen Schiss in der Mitte wegen den Knives, ne? Das geht ganz schnell, dass man dann gekniftet wird. Haha, Captain, äh, Bakterie oder wieder, ist Barbie. So, ja, Livestream kommt dran. Wir sind jetzt schon live und erwarten euch voller Freude. Ähm, die, die Ankündigungen sind echt, äh, äh, ne wichtige Sache. Also, wir haben dadurch dann meistens so 10 bis, äh, 20, manchmal sogar 20 plus Zuschauer mehr im Schnitt als sonst. Es lohnt sich. Ähm, ja, wir haben oft neue Leute da. Ich kann's verstehen, dass man die Streamzeit noch einfach oft vergisst, beziehungsweise nicht, dass man sie vergisst. Also, jeder würde, wenn er gefragt wird, antworten können, wann ich streame. Aber man vergisst ja oft einfach, was für ein Tag heute ist, ne? Man denkt sich, ja gut, man lebt einfach so und dann ist auf einmal schon wieder Dienstag. Und dann ist es, glaub ich, ganz hilfreich, wenn jemand sagt, hey, heute ist übrigens mal wieder, äh, die Geschichte hier mit Livestream und so. Pille, Pille, Palle. Leute, was ist denn jetzt hier los? Werde ich jetzt, äh, schon wieder nicht gewinnen. Komm, einen schönen Double Kill hier. Nein, wird auch nicht. Ah! Die sind aber auch wirklich aimstark, muss ich sagen, ne? Ich hab's oft nur mit so Nulken zu tun, die nicht so viel können. Oh. Aber die haben doch wirklich einiges an Dampf unter der Waffe. Alter, meint er nicht auf? Wenn man sich sonst so meine... Alter Verwalter, wenn man sich so meine Spiele ansieht, also... Ähm, ja. Die sind doch schon wirklich am Drücken hier, die Jungs. Also fast so hart wie ich, ne? Fast so hart wie ich. Ja, ja. Ist er reingegangen? Ja, gell? Das ist ein anderer Schrotwetten-Spack jetzt hier. Ist der mir hinterher, oder was? Endlich ist die Kack-Schrotwetten-Geschichte vorbei. Ich hoffe, mich neifet jetzt keiner. Ihr wisst ja, wie sehr ich Schrotwetten hasse. Und dann kommt nochmal die Negev, die man überleben muss. Wo, wo, wo ist denn da jetzt? Bitteschön, der nächste... Aha, da unten. Jetzt hab ich ihm noch den Kill geschenkt, indem ich mich da so dumm... dumm hinstellt, doofbratzen-mäßig. Oh, miser... Äh, jör. Hoppala. Was war das denn, Leute? Ihr seid aber auch manchmal echt Ferkel. Ich sag, ich tue einfach mal so, als hätte ich es nicht gehört, was ihr da getrieben habt. Ja, Negev. Also M249, ja, 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 ich weiß. Aber ich sag dazu Negev. Ah, Pix, äh, K, musst du mir jetzt zwingt den Kill klauen, du Kackwurst? Oh, hier zwingt mal den Negev-Scheiß. Oh mein Gott! Bis jetzt zwei Leute, die einzeln starten, die easy Kills gewesen wären. Die krieg ich geklaut. Und dann komm ich dahin, wo zwei Gegner auf einmal stehen und werden natürlich weggenudelt. Au. Ich bin jetzt einfach reingelaufen in den Strahl. Konnte ich nicht viel machen. Außer drüber springen, wäre natürlich auch eine Option gewesen. Hallo. Hab ich dem in den Händler gegeben da oben? Oh, oh. Also dem auf jeden Fall, ne? Knick, knack. Oh, er duckt sich wieder, der Igor. Ja, die duckenden Leute, das ist so ein bisschen wie die, die sich hinlegen bei Kott. Ich mein, ducken ist jetzt wirklich nicht so schlimm, ja? Aber, äh, ich hab's bei Kott einfach gehasst. Die Leute, das ist so wie bei Fortnite, die die bauen, ja? Ähm, also man könnte eigentlich einen fairen Fight haben. Beziehungsweise man sieht ein, okay, der andere hat Advantage, weil er mich zuerst angeschossen hat. Wahrscheinlich sterbe ich, aber ich verreck jetzt halt wie ein Mann. Aber nein, die Leute legen sich hin. Oder bauen irgendwas. Bauen sich eine Prinzessin. Ja? Dann schau dir einfach mal ordentlich. Kuck mal, ich seh jetzt auch ein, dass ich gerade jetzt gar nicht so gut geahmt hab. Und trotzdem, hat der eine Knife bei uns? Ne. Das glaube ich jetzt nicht, du Vogel. Du verziehst dich jetzt mal schön mit deinem Kniferino, Bambino, oder? Alter, guck dir die, guck dir die Dödel an. Ich sag vorhin noch, wie gut die sind und jetzt kriegen die gar nichts hin. Der knifft die bestimmt gleich. Scheiße, das darf nicht passieren. Schnell, 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 schnell. Oder haben die Gegner einen Knife? Haben wir das Knife oder die Gegner? Beide. Sowohl als auch. Ah, nein. Er kam nicht runter. Da rennt da jemand damit daher. Sehr gut. Er darf den Knife-Kill jetzt nicht hinkriegen. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, dieser Lockpool. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ist er einfach vor mir da, der Vogel. Naja, ich habe ja vorhin gesagt, dass es auch so ein bisschen wichtig ist, was das Team macht. Und ich sage schon mal, dass ich von diesen 33 Kills, die hat wahrscheinlich gute 30 vorgeschossen. Was soll's, Leute. Es gibt wieder ein Skin zu gewinnen. Random Seas Go Skin. Schreibt einfach hier wie immer unter das Video. Nicht wie immer, sondern schreibt, wie viel Uhr es jetzt gerade bei euch ist. Jetzt im Moment. Einfach noch so nebenbei. Wer nur diesen Lösungssatz schreibt, kann nicht gewinnen. Also es muss schon ein Kommentar vorhanden sein und dann noch das hinzu. Dankeschön, dankeschön. Hier ist eine kurze Übersicht über die Skins und ich bin weg in 3, 2, 1.